Hallihallöchen und Willkommen zurück zu Let's Survive Tomb Raider Na, zack So, schönes Wasser, mag ich So, mach auf Na, mach auf Das Grab muss in den unteren Ebenen sein Scheiße Och, Mann Der Aufzug steckt fest Natürlich Warum soll auch mal was funktionieren Ne, kann man hier nicht aufmachen Ich muss irgendwie da durchkommen Hm 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 Hm, okay, das geht schon mal nicht Hm Hm So, da hoch können wir definitiv nicht Ist vielleicht da irgendwo Nein Wieso geht das nicht auf Was auf Stein Ziffer 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 Hey Hä? Da oben sind weitere Sachen. Aber wie komm ich da hin? Ah! Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Mehr Wucht. Mehr Wucht, mehr Wucht, mehr Wucht. Das ist übrigens die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Denn heute ist ja Freitag. Das heißt, während du dieses Video gerade guckst, habe ich ungefähr vor... Ne, 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 zwei Stunden aufgenommen. Zack. So, jetzt haben wir diese Tür wenigstens schon offen. Dann rennen wir mal nach oben. Drücken das Knöppchen. Und dann passiert, denke ich mal, das, was ich glaube. Der Fahrstuhl fährt hoch. Yep. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder. Drei lockern? Was? 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 Merke ich doch gar nicht. Ich liebe es, wenn Pläne nicht funktionieren. Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, hier zum Beispiel. Hier geht es. So, dann bringen wir mal den Fahrstuhl runter. Ja. Genau. So, komm. So, dann kommen wir mal. Kann ich hier schon? Nee. Eins müssen wir als allerletztes... Das ist halt hier ganz oben. Aber wie kriegen wir das? Zwei erledigt. Noch zwei. Hm. So, gut. Jetzt sind wir halt hier drüben, aber... Hm. Ich müsste halt mal nach ganz unten, ne? Das klappt ja wie am Schnürchen. Hey, 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 hey. So, wo haben wir noch ein Feld, was kaputt geht? Nein, nicht. Ich fahrs mal hoch in die vier. Irgendwie müssen wir den ja... Irgendwie müssen wir den ja... Wie komme ich da... Ah. Jetzt sehe ich das gerade. Wir haben da oben ja so Felsen, aber wie komme ich an den Felsen? Ich muss mir den Weg freischießen. So, und jetzt? Ah. Leiter. Natürlich. Man sollte einfach halt mal gucken, ne? Aber ich bin da definitiv nicht der Einzige, das weiß ich. Oh. Ach, komm. Ja. Dreck. Dass man immer so genau vor der Konsolum stehen muss. Oh. Hä? Hä? Jetzt ist der Aufzug ganz roh. Oh, doch nicht. Nerv. So. Super. So. Nimm mit. Und weg damit. Aber wo machen wir den kaputt? Ich glaube hier. So. Party. Okay. War ich das? Ups. Ja, so ein bisschen hat's funktioniert. Am liebsten würde ich jetzt da runterspringen, aber... Aus Erfahrung weiß man, dass man einfach da nicht runterspringen sollte, weil man dann sonst wieder von... Neu anfängt. Ab der 2 kann man springen. Und... Zack. Machen wir nochmal die Tür auf, falls wir nochmal irgendwie da hoch müssen. Ja. Auf. Wunderbar. Nein. Nein. Die werden auch langsam paranoid. geht. Na. Dankeschön. Ja. Und dann mal gucken in der nächsten Folge, wo wir diese behinderten Typen finden. Ah, da finden wir sie ja schon. Okay, ich hab sie schon gefunden. Und wir sehen uns dann... Ah... F... Fie... Mist. Ja. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follower oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung, direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und... Ja. Schau mal vorbei, gell?